Okay, Leute, wir kommen zurück zu Let's Play Stronghold Crusader. Wir sind zurück bei, ähm, gegen die zwei Kalifen mit Lich Richard, Löwenherz. Okay, ich hatte die Strategie ausgedacht, ähm, ich hatte die Strategie ausgedacht, so Sklaven anzuheuern, damit wir die Burg dann mit denen stürmen können, aber das müssen echt viele sein, dann 200 oder so, 200 Männer. Damit wir einfach alles, ähm, ja, niedermetzeln können. Damit, damit die Bäuer, äh, Brandstiften erstmal an der Burg. Und dann haben diese Turmleute dann keine Chance mehr. Ihre, äh, Feuerfalle zu schießen. Das heißt, wir brauchen immer noch mehr Sklaven. Dann geht unsere Strategie hoffentlich auf, ich werde nochmal davor abspeichern, also keine Angst. Gut, dass es dieses Abspeichern überhaupt gibt. Aber ich muss mich beeilen. Ach, Quatsch, nicht die. So, ist viel besser, okay. Hierhin sollt ihr. Ja, und ihr könnt da nicht hin. Also, wir werden überfallen. Also, wir werden überfallen. Die Hüsaan sicher, äh, bis die Zeit auf der Erde. es werden rekruten benötigt seien hütten schenken wo sich die schenken oder wo ist die schenke hier die benötigen mehr glichau verlust das sind einfach zu viele ich brauche viel mehr sklaven und die alles in brand stecken können das gute ist dass man beliebig viele bauern oder beliebiger bauern eigentlich rekrutieren kann nicht bauen soldaten solange man verfügbare bauern hat das sind 43 schon mal gut alle auf dem platz also wie gesagt es könnte noch bisschen dauern aber macht nichts das kriegen wir schon hin vielleicht noch paar mehr mühlen oder so was ist die mühlen hier und er will da ständig angreifen also errichte ich mal da diesen zinnwall wenn das ginge aber es geht nicht also so jetzt bin ich komplett geschützt vor feinden gleich geht die party los ich bin zur stelle es werden rekruten benötigt sei wir benötigen steine scheiß drauf können auf deine stein wir werden überfallen ich bin okay hier irgendwie ein rundturm und dahin ja 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 eure befehle was sind da passiert ich wollte hier ein paar wallstufen so jetzt bin zur stelle rücken aus jetzt sind wir aber komplett geschützt okay und jetzt die sklaven wie viel seid ihr 137 das reicht zwar noch nicht aber bald die musik wird lauter es wird dramatisch yeah so gefällt es mir okay okay paar von den berittenen jetzt kann ich meine ganzen steine eigentlich schon so gut wie verkauften auch holz so es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei ich kann schon mal dem richard sagen dass er angreifen kann nur speichere ich davor schnell speichern 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 immer die ein und die ein und dieselbe datei das ist erfolg erfolg 2 ok der macht es dann ok der macht es dann gut und jetzt noch mal paar sklaven hier schnell damit ja wirklich alles in brand stecken und dann muss ich mal gucken ob das dann wirklich gehen wird ok jetzt müsste es gehen schnell 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 und dann wie die losrennen ok jetzt sollten wir mal die ersten sklaven schicken jetzt geht's ab zuerst die sklaven dann die ähm berittenen wo morna stimmt da irgendwas nicht so jetzt alles in bahn stecken es muss jetzt gehen die strategie geht auf ok es geht aber das feuer macht sich fertig ja 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 Was ist der Hanuk? Ach, die hätten schon von Anfang an das, die Burg stürmen müssen, ja, weil die, da käme ja am wenigsten hin mit den, äh, Schleuderbällen, oder mit den, ja, mit den Feuerpfeilen. Also ihr seid jetzt wie viele? 166, äh, 168, also bisschen mehr vielleicht. Jetzt sind's so, ja, ungefähr müssen es jetzt insgesamt 200 werden. Okay, jetzt aber, alle los hier. Hier stimmt die ganzen Katapulte, also ein Katapult. Das ist wahre Macht. Wir benötigen Gold. Okay, und jetzt alle, die Sklaven, die Burg stürmen. Also nicht die Burg, sondern die, die Tür. Erstmal. Oder vielleicht schon, wo ist der, der, die Waffenkammer, wäre jetzt gut. Wie das so aussieht, ey. Das könnte jetzt gehen. Ah, fuck, ey, die ganzen... ...Gerittenen sind jetzt dahin. Ach, das bringt's nicht so wirklich eigentlich. Es bringt's gar nicht. Vielleicht... vielleicht doch wenn wir jetzt noch mal schnell männer rekrutieren ihr habt nicht genügend güter wir benötigen gold los theoretisch mit seinen rittern die so langsam sind das bisschen ungünstig na nicht einfach rumstehen kommt ich werde jetzt nicht nachgeben ich werde den jetzt voll und ganz vernichten nicht einfach stehen bleiben los weiter 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 jetzt irgendwie ja eine Nachricht von Richard Löwenherz der Duft des Sieges liegt in der Luft mein Freund der Duft des Sieges liegt in der Luft das ist richtig anstrengend aber nach einer Zeit geht es schon eine Nachricht vom Kalifen ihr seid schwache Ungläubiger meine Streitkräfte werden euch letzten Endes in die Knie zwingen ich muss die Steuern erhöhen damit wir mehr Geld haben und verkaufen ihr habt nicht genügend Güter die Goldvorräte sind zu knapp die 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 ja das geld ist jetzt echt nötig steht jetzt greift der andere an da eine dritte schütze da ganz alleine ich denke das war schon mal ein guter anfang also speichere ich noch mal aber eine gute weile kann es noch verweilen unsere schatzkammer lehrt sich extra rationen ohne nur voller ration es ist schwierig ich brauche mir noch stärkere einheiten wenn ich hier etwas erweitere im garten stadtgarten ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord ihr habt nicht genügend güter unsere schatzkammer lehrt sich ja das ist gut dass sie aus guter entfernung hier die niederstechen mit den pfeilen aber eine nachricht vom kalifen die geier sammeln sich sie kreisen über eurer erbärmlichen burg ihr seid der drittgrößte herrscher das volk lässt euch hochleben euer gnaden gute dinge für nächste stufe 3 ok aber ich darf auch nicht halt zu viel weil dann 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 lässt sie die arbeiterschaft nach und dann geht mein volk so zu ende dass die eben zu wenig produzieren und dann alle produktionen anhalten oder ich weiß auch nicht aber das ist auf jeden fall dann weniger tätigkeit zu sehen sein wird also ich brauche einfach gold eine nachricht von richard löwenherz das königliche banner ist in großer gefahr ihr müsst mir zu hilfe eilen wie komme ich jetzt zu mehr gold also ich kann unsere schatzkammer lehrt sich noch mal steuern hoch treiben aber das wird auch nicht sehr viel helfen jetzt stecken wir eigentlich in der klemme also nee aber das spiel würde halt zu lang dauern lehrt sich nicht hinweilig lehrt sich damit ich denke wir brauchen einfach auch mehr katapulte ich glaube daran liegt sehr ja mindestens sechs oder so damit wir die los schicken können katapult oder feuerballiste ich denke er feuerballiste gleich wir benötigen gold das sind erst zwei dann noch mal euer gnaden gebt uns eine aufgabe feuerballiste hier hin die mann wecker klingelt wieder eine nachricht vom kalifen ok dann machen wir noch mal beim nächsten mal hier weiter wir sehen uns dann tschau